Und damit meine lieben Damen, Herren, Verwandte, Unverwandte, Mitverwandte, Nachverwandte, Zuschauer, Nicht-Zuschauer, Kinder, ältere, Jugendliche, Hunde, Katzen, Pferde, Mäuse. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends mit dem lieben Wolke. Hallo, liebe Zuschauer. So, äh, wir spielen... Das war einfach mal göttlich. Wir spielen einfach mal hier Zero-Bot Tristana gerade mit der Nidali, dem Wolke, zusammen. Ähm, und da hier alle momentan auf AD gehen, werde ich wahrscheinlich auf AP gehen mit Tristana. Wir sind auf der Bot-Lane vertreten und haben Jinx und Morgana als Gegner, wie es aussieht. Für das 6th Jungled, Timo ist Top-Lane und Lux ist Mitte. Das heißt, Lux gegen Yasu, das heißt, Yasu wird wahrscheinlich ziemlich, ähm, Gewinn gegen Lux, weil er ja auch ulti-deutschen kann. Hm, das ist richtig. Trotzdem sollte er etwas aufpassen. Ja, auf was soll ich mal nochmal, ne? Für den Lux. Ja, äh, wir schauen uns einfach mal an, was hier passiert jetzt so und hoffen, dass es gut wird. Ich habe halt eigentlich einen mega guten Lauf, abgesehen von meinen Ranking-Statusen, ich rank jetzt verkacke ich irgendwie in letzter Zeit alle. Ich glaube, ich steigere mich zu sehr weit als Ranked. Ne, ist wirklich so, ich habe heute früh mit Jaco und der 10-4, mit Jinx und 13-3 und sowas, aber als ich dann Ranked gespielt habe, ging es wieder gar nicht. Tja, das ist wahrscheinlich der Erfolgsdruck, den du hast im Ranked-Game. Aber das eine ziemlich geil war, da war ich mit Nunu gegen einen LeBlanc auf der Mitte, weil keiner sich auf die Mitte getraut hat und ich in den letzten Momenten noch irgendwas klicken musste, da habe ich Nunu geklickt. Und da habe ich 4-5-1 gemacht, da war ich der Beste im Team, aber die Botline hat dann angefangen mega zu finden. Oh, das... Also mit 4-5-1 der Beste im Team zu sein, ist natürlich schon, äh... Ja, Malfit hatte 0-10 und Tristana hatte 0-8, glaube ich. Und dann war das Spiel vorbei. Mensch, das war ja ein richtiges, gutes Team, du, Alter. Ja, vor allen Dingen hieß es dann am Ende Reporten, Nunu von Noob Mitte. Das ist total gut, ey. Ich habe dir den Blanc und meine Ulti fast alleine da hin gemacht, aber okay, Report erst mal den Nunu, der ist bestimmt dran schuld, weil alle Nunu nur als Supporter kennen. Oder als Jungler. Naja, das ist... Nunu kann da eigentlich auch fliegt, aber ich denke da wieder rein. Zumindest in meiner Division noch. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt langsam losgeht. Wie, wer hat denn hier so ein langsames Internet? Ja, so. Ah, jetzt gibt's das. Ja, so. Also ich gehe AP, das heißt, ich kann mir einen Drang mehr mitnehmen anfangen, das ist... Oh, da ich hol mir gleich das. Ja, wenn ich hier ins Spiel reinkomme, du musst mir jetzt mal so ein bisschen sagen, was ich mir als Supporter holen sollte. Also als erstes kaufst du dir auf jeden Fall, guck mal, ungefähr 10 Felder runter, da ist die uralte Münze, das ist so ein goldenes Ding. Siehst du das? Ah, okay. Und das tust du auf die goldene Kugel, tust du das ausbauen. Da hast du 20% Abklingenzeit, kriegst Gold ohne Ende, Lebensregulation hast du ohne Ende und Mana hast du auch ohne Ende. Dann kannst du deinen Mana bauen, wenn du besitzt... Warte mal, goldene Kugel. Ja, diese... dieses Amulett des Aufstiegs. Dann du aus den hoher alten Münzen machst du dann das Medaillon bis das Normaliden und dann die Amulett des Aufstiegs. Ah, 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 okay. Ah, jetzt. Ja, noch Stand-Water-Mien. Und ich muss, glaube ich, auf Lidschbane gehen. Alter, ich habe noch nie eine AP-Tustaner gespielt, fällt mir gerade auf. Äh, was ist denn empfohlen? Das Lustige ist nur gerade, dass ein Lysin gerade bei uns hier mit auf der... Jo, die gehen alle ADS auf der Lane rum... Was, ein Lysin? Ja, der gammelt da gerade so ein bisschen ab. Also bin ich doch top? Och, nö, ich will doch nicht mit Tristana top gehen. Ne, wir hatten gesagt, dass wir auf die Bot gehen. Ne, jetzt ist aber doof, wenn der Lysin da oben unten ist, dann wird das ja nichts. Ah, ich kaufe jetzt irgendwas und hoffe, dass es richtig ist. Hä, vor allem, sorry, Nick. Hä? Nocturne? Was hat denn Nocturne damit zu tun? Liebe Leute, da sieht man mal wieder, wenn man mit unfähigen Leuten zusammenspielt. Oh mein Gott. Tristana auf die Top aller... Hä? Was für ein Spaß, Alter. Tja, das... Weil, da habe ich den gerade noch gesagt, dass ich auf der Top bin, dass ich auf der Bot bin. Weil, wie willst du mit Tristana... Was willst du mit Tristana auf der Top? Es geht schmol, aber... Ich meine, es würde jetzt gehen, weil kein Tank auf der Top ist, aber ansonsten wäre das mega sämlich einfach mal nur. Jetzt zeige ich dir mal, wie man Last Hits macht, dann ist es beim letzten Mal ja nicht so... Richtig geklickt hast. Wo hat man den Busch? Und ich wohne hier den Busch. Da ist die Jinx und wir konzentrieren uns natürlich auf die Jinx. Ja, ich habe jetzt als erstes mein hier geskillt, dass ich dir da notfalls... Hm, das ist sehr schön. Erstmal ein bisschen... So... Als nächstes werde ich... ...dann... ...mein Speer... ...machen... Oh, ich bin die schlecht. Nen! Nen! Fuck! Nein! Oh mein Gott, ich habe gerade zwei Lasten versaut, ey. Angesgeschwindigkeit, Mensch! So, jetzt meine Kuh einmal. Was, habe ich zum Glück? Damit ich hier mit dem Speer immer mal ein bisschen draufhauen kann. Wollt ihr das Feuer da sehen? So, jetzt haben wir hier. Oh mein Gott. Ich bin irgendwie ein bisschen verpeilt gerade. Boah, was ist denn jetzt los, ey? Ich treffe jetzt gar nicht. Hey, ich zeig dir jetzt mal, wie man Lastwitz macht. Ja, ja, das ist... Fängt gut an, gell? Ich trauze ganz schnell an mich ran, hier, die Dame. Gut, dankeschön. Mega nice. So, jetzt habe ich meine erste Kill gemacht, am Ruh. Da habe ich gerade einfach mal meinen ersten Kill gemacht, warum nicht? Boah, schon mal machen. Hör auf zu farben, bitte. Boah. Ich ist gerade sowieso... Ich habe gerade noch... Ich habe gar keinen Farben. Ja, wenn du so draufhauen, dann kann ich nicht mehr richtig Lasten. Ich finde ich auch bei Supportern, die dann anfangen, mit draufzuhauen. Und damit die Lasten schneller gehen. Mega penetrant. Okay, dann würde ich einfach... Hau einfach auf, sieh drauf. Wenn du jetzt noch einen Sperr triffst, dann hast du einen Kill. Ja, der war gerade nicht verfügbar. Der Kill oder der Sperr? Der Sperr. Und... Nein, fuck zu früh. Mist. Fuck zu früh. So, warte, ich stelle mich mal hier in den Flussbusch. Flussbusch. Höhöh. Boah, ich treffe die Großen jetzt gerade nicht. Das ist mega mit dem Penitsrand gerade. Ach, das sind Lastens. Nicht verrückt machen lassen, nicht verrückt machen lassen. Alles wird gut. Alles wird gut. Wenn ich jetzt so eine Falle von Nidalee habe, und der macht ja, ähm, verringert ja von den Gegnern die Rüstung und Marieresistenz um 20%. Marieresistenz? Was ist Marieresistenz? Marieresistenz. Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt schon. Ähm. Zählt das dann auch, wenn mein Verbündeter draufhaut, oder nur, wenn ich draufhaue? Äh, nochmal jetzt bitte. Ich hab hier... Meine W. Das sind so Fallen. Ja. Und die verringern bis jetzt an dem Gegner 20% Marieresistenz. Ja, das heißt, der hat so lange da drin ist, hat der allgemein 20% weniger. Das gilt für jeden. Okay, dann skil ich jetzt einfach die W. Leute, was machen wir eigentlich? Hier komm ich übrigens mal ein Heal. So, die Lux nochmal getroffen. Oh mein Gott, war das knapp, ey. So, drank schnell schlucken. Wenn den Lux nochmal treffen würde, das wäre das mega. Woah. Der Schweizer da. Nein. Warte, 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 komm, 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 komm. Oh, nein. Komm schon. Ja, hoi, ich hab wirklich noch bekommen, ey, ist es gut, ey. Oh mein Gott, ist es gut. Oh, diese blöden Vasaillen, ey, die haben jetzt, äh, sonst hätte ich die Lux jetzt, glaube ich, noch geholt. Jetzt schön farm hier. Oh, da hast du die Lux, die Lux ist nicht weggegangen. Die Lux ist nicht weggegangen. Hast du eine Hilfe für mich oder was? Ja, aber ich hab kein Mana mehr. Hast du die Hilfe für mich? Ich hab kein Mana mehr. Nee, warte. Ich könnte jetzt ein Speer... Okay, gut. Egal, passt schon, der Tower hat mich gekühlt. Boah, ich dachte, ich kann es ja, wenn du ihn noch... Ja, ich geh aber mal direkt auf das Ding hier, das sieht ja mal mega gut aus. AP Tristana, 100 AP habe ich schon. Jetzt kannst du uns das halt ein bisschen formen. Los, war das jetzt so. Äh, cute, cute, cute. Ich bin ziemlich lang. Ja, aber ich müsste auch mal zurück. Geh weg einfach, passt schon. Die Kurs wegen. Geh einfach weg. Hörst du? Jo. Ich bin aufpassen mit solchen, wenn du da weggehst, weil wenn die Jinx dich jetzt attackiert, verlierst du ja volle Zeit. Also jetzt in deiner Liga ist es bestimmt noch nicht so wichtig oder in unserer Liga allgemein. Aber später ist es dann auf jeden Fall nicht so doller. Wenn du dadurch deine Zeitverzug kommst. Und jetzt haue ich mal voll auf die Jinx drauf hier. So, welches selbe haben die? 4 und 4. Ich bin weil der... Oh, was war das denn? Bitte, wie viel Power hatten die auf einmal? Die Lux hat jetzt 85, die Jinx hat eigentlich die überhaupt keine Power. Ja, keine Ahnung, die habe ich mit Eigenschaften platt gemacht gerade. Dann kommen wir jetzt hier, kriegst du aber. Ja, dann wird die ganzen Vaseilen davor. Ich greife aber direkt sie an. Okay, weg. Farm, 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 farm. Wunderschön. Wenn ich jetzt noch mal vorbeikomme, holen wir uns die Lux. Bleiben wir noch im Gebüsch stehen. Auf Vorsicht. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott, hau ab da. Oh mein Gott, hau ab da. Das ist ja blöd. Ja, lass ihn reinrennen. Greife, 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 nein. Greife ihn an. Nein. Drauf und. Sieg. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Keiner kann nicht leiden. So hinterher kommt. Warte geht's. Auf die Lux. Ja, Doktor ist auch hier. Ah. Doktor ist auch hier. Dankeschön. Oh, sehr schön. Oh mein Gott, war das knall. Danke dir. Hast du das gesehen, wie ich dich mit meinem Heal im letzten Moment gerettet habe? So ist, wie heftig so im letzten Moment. Aber, die übertreibende hätte ich dich nicht geheilt. Dann überreit ganz schön, gerade im Moment. Ich gucke mal ein paar Heildränke und dann springe, weil ich springe sie jetzt an. Komm schon, stirb da ran, stirb da ran. Ja, schön. Das ist so gut, ey. Ich wollte mich gerade wieder voll die Runde. Und diesmal nehme ich zum Glück auch auf. Die letzte habe ich mich nicht aufgenommen, diese gut lief. So, hier noch ein bisschen drauf. Hilfe, 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 oh mein Gott. Und jetzt der Lux, komm, auf Lux drauf. Go, 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 go. War das? Und? Oh. Danke. Wow, 4.6 ist hier. Okay, gut. Habt, kriegst du, kriegst du locker. Nice. Oh, jetzt würde ich rennen. Jetzt würde ich rennen. Ja, jetzt war es zu spät. Schade. Ich dachte, kriegst du noch. Ja, da wäre, jetzt habe ich gekommen. Aber jetzt wird es lustig, jetzt habe ich nämlich schon 182 vor, ähm, Dings. Ich habe ja schon gerade verdoppelt so viel, mein Zeug. Okay, ähm, ich habe jetzt, äh, Amulett des Aufstiegs. Ich würde mir jetzt die Zauberschuhe holen für Lauftempo und Magie-Durchdringung. Ja, jetzt gehst du einfach ganz normal auf dein, auf dein normales Equipment. Da du jetzt kriegst, jetzt kriegst du für die ganze Zeit halt dein, dein Gold, was du normalerweise brauchst. Du kriegst Leben, du kriegst eigentlich so ziemlich, so ziemlich alles. Natürlich hätte ich dir jetzt auch ab und zu mal, die Amulett des Aufstiegs aktive Sache da geben können. Du hast es jetzt nicht so wichtig, es ist einfach nur Geschwindigkeit. Ja, aber es hätte dich, glaube ich, beim Tower das eine Mal zu weniger Leben verloren. Oh mein Gott. Und da ist Fiddlesticks. Uh, da wurde seine Ulti gedodged. Und da habe ich für das Dichs gefeilt. Nice. Funktioniert super. Nein. Alter, sie hat mich getötet. Hä? Ja, Jiggy hat ihre Ulti auf mich draufgehauen. Bin gerade gestorben an der Ulti. Achso, ich wollte gerade sagen, die war doch hier bei mir. Hier ist Jungle AFDF. Boah, guck mal, Alter, ich muss auf die Bots. Ja, auf die Top. Guck mal den Farm da bitte an. Nein, nicht da lang. Ja. Ja, geh du auf die Top. Mach du deine Bots weiter. Gegen Jinx. Da kannst du noch ein bisschen leveln. Oh mein Gott, der Farm. Nein, der Tower killt ihn. Nein, ich will den Farm haben. Geh mit dem Farm, geh mit dem Farm. Dieser Farm, der wird meiner sein. Dieser Farm wird groß und teuer. Oh, Alter, der Farm. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Alter, geil. Da ist die Passiv von Tristana mega genial. Das ist einfach... Das ist einfach Flächendämmerster mache. Ich kann die Luke auf einmal hier an. Und... Oh. Verkackt. Na, nein. Ich fasse es nicht. Dann halt nicht. Okay, natürlich den Raketensprung noch ein bisschen draufhauen. Der Raketensprung ist mir mega geil. Wenn ich da auf jemanden lande, dann... Äh, jetzt solltet ihr vielleicht doch mal wieder auf die Bot kommen, denn wir verlieren einen Tower. Okay, wir haben den Tower verloren. Passt schon, geh einfach weg. Ich bin gestorben. Warum bist du gestorben? Lux war... Lux war... Auf einmal da. Weiß halt nicht, wo sie herkamen, aber sie war da. Ich bin gerade am Tower des Gegners. Geben wir jetzt ein bisschen an, was ich gestand. Dann hat sie ihre... ...Ulti draufgehauen und... Na, na. ...Konnte ich nicht mehr viel machen. ...Unaufrufbar. Lalalalalalalalalalalalalalalala. Stirb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine... Ich habe keinen Miner. Oh mein Gott, ich habe keinen Miner. Jetzt habe ich... Ich gehe lieber weg. Obwohl, warte mal. Ich habe ja noch Tränke.